Ein herzliches Bonjour nach Berlin. Martina Vietz von Fokus Online. Grüße Sie. Guten Tag nach Bonn. Also jetzt müssen wir über diese zwei Männer, die da gerade ja im Beitrag schon waren, reden. Der eine ist Trump, der andere ist Außenminister Gabriel. Gabriel hat ja gestern bei einer sehr deutlichen, beeindruckenden Rede gesagt, wir sollten uns mal langsam wirklich Gedanken machen über eine neue Amerika-Politik, jetzt erst recht. Ja, natürlich. Das ist im Grunde genommen nicht besonders neu. Das hat man im Grunde ja schon seit der Wahl von Donald Trump immer mal wieder hören können, dass Europa und auch Deutschland sich besser aufstellen müssen, eigenständiger aufstellen müssen, dass wir selbstbewusster Außenpolitik betreiben müssen und uns nicht mehr darauf verlassen können, dass der große Bruder Amerika alles richtet. Im Gegenteil, dass dieser große Bruder sich zunehmend aus der weltpolitischen Verantwortung zurücknimmt und, wie Gabriel es gestern noch mal formuliert hat, dass er auch den Konsens über Werte und politische Linien verlässt, der eigentlich Gemeingut des Westens war. Donald Trump ist ja überhaupt nicht zögerlich, Öl ins Feuer zu gießen, wie wir das jetzt in dem Thema Jerusalem als Hauptstadt Israels wieder mal sehen können. Und da können wir nicht weiter darauf bauen, dass Amerika eine verlässliche Größe bleibt. Also wir sollten in Bezug auf diese Frage, Hauptstadt Jerusalem und Botschaft, uns absolut zurückhalten. Gabriel hat ja gestern schon auch betont, dass die deutsche Außenpolitik und die deutsche Haltung eine andere ist als die amerikanische jetzt. Und das ist auch klug, denn wenn man tatsächlich den Nahostkonflikt über dieses Thema wieder zuspitzt und eskaliert, dann ist ja nicht nur die Gefahr, dass es da einen neuen Flächenbrand gibt, sondern das Problem ist ja auch, dass die Vermittlerpositionen oder die Vermittlerrolle verloren geht. Also Amerika war eigentlich gebraucht in dem Nahostkonflikt als Vermittler zwischen Israel und Palästinensern. Wenn sich jetzt Trump so explizit auf die israelische Seite stellt, ist Amerika diese Rolle los. Jetzt kann Deutschland nicht da an die Stelle treten. In dieser Frage hat Deutschland da nicht das Gewicht. Aber Europa insgesamt ist klug beraten, wenn es auf der ausgleichenden Position bleibt, die es bislang eingenommen hat, um möglicherweise dann selber nochmal in den Vermittlerprozess einzusteigen. Ja, Frau Vietz, ich würde gerne mal die Außenpolitik verlassen und mit Ihnen nochmal so in die Innenpolitik schauen. Auch mit ein bisschen Abstand jetzt auf die FDP gucken. Da gab es ja dann gestern so ein bisschen ab und zu ein Zucken im Internet, ein paar Meldungen, dass man ja eventuell doch, wenn eine GroKo, eine große Koalition nicht zustande käme, eine neue Situation hätte. Allein diese Äußerung von Kubicki, von der FDP, hat für Riesenwellen gesorgt. Was war da los in der Hauptstadt? Naja, im Grunde genommen hat Kubicki das ausgesprochen, was jeder mit staatspolitischer Verantwortung sagen müsste. In dem Moment, wo sich herausstellt, dass auch eine große Koalition nicht funktioniert oder dass die SPD beispielsweise Forderungen aufstellt, die eigentlich unakzeptabel sind, auch für die Union, dass dann natürlich man wieder über neue Optionen nachdenken muss und auch nochmal das Thema Jamaika wieder auf die Tagesordnung setzen muss. Es ist ja im Grunde eine absurde Situation, dass von sieben Parteien im Parlament viermal von vornherein erklären, für das Regieren sind sie eigentlich gar nicht zuständig. Die Bürger und Bürgerinnen des Landes haben Volksvertreter gewählt und keine Parteifunktionäre. Das gilt für die SPD gleichermaßen wie für die FDP. Es geht darum, das Land voranzubringen und Gestaltungsmacht auszuüben und nicht darum, Parteipolitik zu betreiben und die eigene Partei wieder aufzurichten und aufzubauen. Das ist nicht der Sinn und Zweck dessen, dass man ins Parlament gewählt wird. Und deshalb war das gestern eigentlich eine Selbstverständlichkeit und es ist schon eine gewisse Absurdität, dass Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, diese Äußerung von Kubicki sofort wieder einkassiert hat und gesagt hat, mit uns nicht. Er sagt dann, möglicherweise könne man eine Minderheitsregierung von Frau Merkel geführt dann tolerieren. Nur ich frage mich, was der Wert sein soll, wenn man im Grunde genommen Ja oder Nein sagen kann zu bestimmten Beschlüssen, die eine Unionsregierung vorschlägt, aber selber nicht daran mitgestaltet. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die die FDP gewählt haben, doch sehr frustriert sind darüber, dass die Partei mit dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt nicht darüber diskutieren, wie die Marktwirtschaft ausgeweitet wird, wie die Bürgerrechte weiter verstärkt werden, sondern dass wir möglicherweise über eine Bürgerversicherung oder die Anhebung des Spitzensteuersatzes reden. Ja, Frau Vietz, wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Ich danke herzlich für diesen Rundumblick in Berlin. Vielen Dank. Sehr gerne.